Herzlich willkommen, mein Name ist Dirk Zupanzes, ich bin Präsident der GGS und Professor für Industriegüter, Marketing und Vertrieb und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Key Account Management, das Management der strategisch wichtigsten Kunden eines Unternehmens und darum soll es auch in diesem Blog gehen. Die strategisch wichtigsten Kunden eines Unternehmens, welche sind das? Spontan sagen die meisten Unternehmensvertreter, es handelt sich um die größten Kunden und meinen damit üblicherweise die umsatzstärksten. Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass die meisten Unternehmen auch in der Tat ihre Key Accounts nach Umsatzgröße auswählen, denn es lässt sich in aller Regel auch ganz gut belegen, dass nur eine geringe Anzahl von Kunden für einen Großteil des Umsatzes verantwortlich sind. In der Regel spricht man von 20-80-Regeln, das heißt 20% der Kunden machen 80% des Umsatzes. Es kommt auch nicht so genau auf die Zahlen an, aber die Erkenntnis ist, eine limitierte Anzahl von Kunden ist eigentlich für das meiste des Umsatzes im Unternehmen verantwortlich. Allerdings, wenn man jetzt nur auf den Umsatz schaut, greift das Thema einfach zu kurz und diesen Fehler, wie ich finde, machen viele Unternehmen. Es ist der einfachste Weg, Key Accounts auszuwählen, aber nicht der beste. Andere Kriterien machen Kunden, die vielleicht nicht ganz so groß sind und aufgrund von dieser Umsatzstatistik herausstechen, zu ebenfalls strategisch wichtigen Kunden. Und ich möchte einige von diesen Kriterien nennen. Da ist zum einen das Thema Reputation. Handelt es sich um Kunden, mit denen ich vielleicht nicht viel Umsatz mache, die aber eine gewisse Strahlkraft in Märkte haben, die als Referenzkunden einen gewissen Wert für meine anderen Kunden haben und die anziehen? Handelt es sich um Kunden, die leicht zu bearbeiten sind, weil ich die Entscheider vielleicht kenne oder weil der Kunde einfach auf mich eingespielt ist? Ein Kunde, der leicht zu bearbeiten ist, ist wertvoller als ein Kunde, der sehr aufwendig zu bearbeiten ist, zum Beispiel immer mit Preisverhandlungen meine Kapazitäten bindet. Handelt es sich um einen Kunden, mit dem ich gemeinsam neue Produkte entwickeln kann, mit dem ich Dinge ausprobieren kann? Handelt es sich um einen Kunden, der loyal ist? Das Allerwichtigste aber bei der Auswahl von Key Accounts ist für mich das Zukunftspotenzial, was in diesen Kunden schlummert. Also nicht der Umsatz, den ich schon aus der Buchführung und aus der Buchhaltung herausziehen kann, sondern das, was ich eigentlich im nächsten, übernächsten Jahr oder in zehn Jahren mit dem Kunden machen kann. Dazu muss ich kalkulieren oder zumindest prognostizieren, was wird denn dieser Kunde vermutlich in den nächsten Jahren an Umsatzpotenzial haben? Und da spürt man auch schon so ein bisschen raus, warum das schwierig ist, weil nämlich ich auf der einen Seite eine harte Umsatzzahl habe, die ich aus der Finanzbuchhaltung rausziehen kann und auf der anderen Seite habe ich ein Prognosemodell, wo ich mir überlege, was könnte denn theoretisch möglich sein? All das ist natürlich schwierig für ein Unternehmen zu akzeptieren, aber genau hier liegt das Potenzial. Hier liegt der unternehmerische Entscheid für die Zukunft. Und deshalb sage ich, Key Account Management muss zukunftsgerichtet sein. Und deshalb empfehle ich, eine Kombination von verschiedenen Kriterien anzuwenden, um Key Accounts systematisch zu selektieren. Wie macht man das? Üblicherweise auf dem einfachsten Weg mit einem einfachen sogenannten Scoring-Modell. Das heißt, ich schaue mir meine Kunden an, konzentriere mich vielleicht auf diejenigen, die das höchste Umsatzpotenzial aus den vergangenen Jahren heraus haben und dann bewerte ich diese Kunden nach den anderen Kriterien. Sind sie zu einer Zusammenarbeit bereit? Haben sie eine Strahlkraft im Sinne von Reputation in ihren Märkten? Sind sie loyal? Kann ich neue Produkte und Dienstleistungen mit diesen Kunden entwickeln und dann später auf den Markt bringen? All diese Faktoren bewerte ich und ich konzentriere mich in der Zusammenarbeit auf diejenigen Kunden, die all meine Kriterien, die einen Kunden für mich wichtig machen, am höchsten bewertet haben. Auf diese Art und Weise gelingt es mir, nicht nur den Umsatz zu nehmen, aber der ist natürlich Teil meiner Überlegung, sondern auch das Umsatzpotenzial mit einzubeziehen und die anderen erweichen qualitativen Faktoren mit einzubeziehen. Und auf diese Art und Weise wähle ich meine strategisch wichtigsten Kunden aus aufgrund ihres Potenzials und aufgrund der Form, wie ich mit ihnen zusammenarbeiten möchte. Das ist also ein viel unternehmerisches Vorgehen, ein unternehmerisches Vorgehen, was auch ein gewisses Risiko hat, weil ich natürlich schätzen muss, weil ich prognostizieren muss, weil ich gewisse Erwartungen an die Zukunft habe. Deshalb empfehle ich ein Verfahren zu entwickeln, das ich in regelmäßigen Abständen auch wieder überprüfe. Also wenn ich einmal beginne, meine Kunden auf diese Art und Weise für mein Key Account Management Programm auszuwählen, dann ist das die Basis und ich sollte meine selektierten Kunden immer mal wieder daraufhin überprüfen, ob sie das auch tatsächlich noch erfüllen und ob sie wert sind, diesen Aufwand zu betreiben. Key Account Management ist eine Investition und deshalb lohnt es sich, gut zu überlegen, in welche Kunden investiere ich diese Zeit und ich muss auch dann gucken, ob die Kunden tatsächlich diesen Wert zurückspiegeln im Geschäftspotenzial, in der Art und Weise, wie ich mit ihnen zusammenarbeite, partnerschaftlich und so weiter. Das Ganze ist erst der Start eines systematischen Key Account Management Programms und wir haben mit den St. Galler Kollegen, für die ich viele Jahre tätig war, das sogenannte St. Galler Key Account Management Modell entwickelt, das wir auch in Seminaren und Bausteinen in der Weiterbildung anbieten. Hier geht es darum, nicht nur Key Accounts zu selektieren, wie gesagt, das ist ein Teil des Geschäftes, sondern dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur im Unternehmen, die organisatorischen Rahmenbedingungen, die Skills und Kompetenzen der Mitarbeiter richtig ausgebildet sind. Es geht uns aber auch darum, zu zeigen, wie Key Account Managerinnen und Manager ihre Kunden tatsächlich operativ führen, wie sie eine Strategie machen für diese zuvor selektierten Kunden, wie sie Ziele für diese Strategie festlegen, wie sie Leistungssysteme, Produkte und Dienstleistungen kombinieren, wie sie ein Team führen und wie sie letztendlich den Erfolg ihrer Maßnahmen kontrollieren. All das packen wir üblicherweise in einen Key Account Plan, also eine dokumentierte Strategie. Mehr zu diesem Thema finden Sie in unserem Buch Spitzenleistungen im Key Account Management, das St. Galler Key Account Management Modell. Sie finden sie aber auch in unseren Weiterbildungen zum Thema Key Account Management und in unseren Studiengängen. Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, wenden Sie sich einfach an die GGS oder an mich persönlich. Vielen Dank!